Noch nach 1000 Jahren verfolgen die wilden Hunde eine der erfolgreichsten Jagdstrategien in der Geschichte der Evolution. Das Rudel, schnell und tödlich, markiert sein Revier, trennt sich, um dann die anliegenden Territorien zu erobern. Dadurch erweitert sich das Jagdrevier erheblich. Jedem Mitglied der Meute steht jedes Revier für seine Beutezüge zur Verfügung. Folgende Generationen werden also in einem Revier geboren, das die Größe und Stärke des ursprünglichen Reviers weit übertrifft. Wissenschaftler haben beobachtet, dass die wilden Hunde zunehmend Großstädte für ihre Hetzjagden bevorzugen. Ja, 24-7, die Frequenz und Spliffhanger der Sender und Spender. Es gilt für Kenner, denn ich mach's hernder und länger als jeder andere Penner. Verbaureime wie Kenner, denn euer Hip-Hop-Dilemma bringt kein Glanz und Glamour. Wenn er rappt, der Superstar mit Zuma traf und der Metapher-Mafia, fiel die Sache taffer klar. Mit dem Masterplan vom Undercover-Macher-Klan. Stopp, vom Kommach-Undercover-Klan kommt der Scheiß, der rockt mit Hip-Hop. Den Kopf und Ohr, kein Comeback, man ihn wegrockt, den Scheiß genießt zuvor. Darum singt meine Freunde Robin Reed im Chor und springt in einer Molte zu dem Beat im Floor. Oh, MC, da bist du sprachlos, du fragst bloß, was für ein Bilder-Pitbull-Gitter auf dem Bass los. Lass mich schreien in dein und mein Gedanken bewusst sein, wo alle Grenzen und Schranken fallen. Ja, hab ich mit blanken Krallen und ein Mikro in der Hand und so rock ich die Hallen und hab mit Fun auch noch Herzen in Flammen. Hinterlasse Pferden im Sand, damit du weißt, ich war schon hier, du bist im Mitteldistrikt bei den gefährlichen Tieren. Denn mit den anderen vier wilden Hunden aus der Stadt geht's ab. Yeah, wer rockt euch mit bissigem Flair, wie ein dober Mann ins Koma laden leer. Looky of the year, Mr. Music, komm bloß nicht her, weil sonst nicht mehr X, sondern der Mikro-Wär. Ihr wollt mehr, bitte sehr, aber sagt dann nicht, ich war nicht fair. Im Sprachverkehr schicken wir dich kreuz und quer und jetzt bist du bei Mr. Fidel Faxo, unser Topprimer. In seinem Revier ist der A.K.A. der Rottweiler, macht aus jedem Draht ne fette Hotline. Ja, damit sein Flo und deinen Kopf reinpasst, das war die Nummer 3. Nummer 4 steht schon bereit an jedem Rap-Bot, der Stefford bringt Rapspot auf den Headrock. Der Rap-Lord und Rap-Gord erobert Herzen wie ein junger Robert Redford und fährt dann im Bett vor. Zur Not in deinen Bands oder ihrem Escort. Wir konnten Kontakts vom Mic-Monster-Contra, von Sonntag bis Sonntag, wer sonst da? Macht dir so ne Songs-Klamm mit Sumatra. Sein Biss und sein Wille macht uns zur Crew, Alter, dazu gibt's nen Freiflug. Wenn die ihn am Mic boosten, wirst du zum Treibhut und dann trinkst du in seiner Reinflut mit seiner Scheißgut. So, dass jeder Typ mir leid tut, denn die Runde, ja, bringen jeden Bass zum Weißglut.